Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen zurück bei Wolong Fallen Dynasty, noch immer eigentlich im DLC und doch woanders. Wir befinden uns derzeit in Luoyang Henan Kommandantur Provinzili. Die große Hauptstadt des Hanenreiches liegt strategisch günstig zwischen dem Luoxui Fluss im Süden und dem Mangshangberg im Norden. Luoyang wurde zur Hauptstadt, als Liu Xiu Kaiser Guangwu von Han das Hanenreich wiederherstellte. Eines der chinesischen Zeichen im Stadtnamen wurde gemäß der Feuertugend geändert. Der Großteil der Stadt besteht aus dem Palastbereich und seinen Gärten. Die Geschäfts- und Wohngebiete liegen hauptsächlich am Rand. Die Wasserstraßen der Stadt, der Guixui-Fluss und der Yangku-Ganal ermöglichen Handel und unterirdische Abwasserversorgung. Abwasser ist aber nicht das einzige widerliche Element in den Tunneln. Man sagt, dass zwielichtige Gestalten dort ihren unlauteren Handlungen nachgehen. Wir befinden uns derzeit hier im regnerischen Garten und wir haben zwei Freunde bei der Kau Kau und der Guan Yu. Der Kau Kau ist ein sehr guter Anführer und der Guan Yu hat einfach einen sehr langen Bart, was darauf schließen lässt, dass er sehr viel an Weisheit in sich trägt. Wir könnten jetzt hier direkt rein, aber ich möchte natürlich erstmal hier den Garten noch ein bisschen weiter erkunden, denn wir müssen doch so drüben ein bisschen was machen. Ich will nur ganz kurz schauen, ob wir hier auch tatsächlich alles gemacht haben. Ja, wir haben alles gefunden, außer eine kleine Standarte. Die brauchen wir natürlich ja nicht machen. Was dann natürlich passieren wird, wenn wir das hier schaffen sollten, mit unserem korrupten Unmuchen, dass wir eventuell Teil 4 freischalten. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir schauen einfach mal, was wir danach machen werden, weil ich auch schon kurz überlegt habe, ob wir nicht dann doch lieber zum DLC zurückkehren und uns da nochmal versuchen. Wartet mal, meine kleinen Freunde. Wir müssen das mal anders machen. 72.000 haben wir, ich glaube, wir brauchen jetzt 250 oder so. So, das lief doch schon mal gut. Okay, an sich brauchen wir jetzt gar nicht da hoch, aber ich stehe halt gerne aufs Dach. Hier. Ich glaube, hier gibt es irgendwas auf dem Dach. Hier haben wir erstmal ein kleines Tiegelschen. Oh oh, der hat sehr viel umgebracht schon. Oh oh, der hat sehr viel umgebracht schon. Außerdem kriegt man so natürlich so ein bisschen Willen dazu. Was natürlich auch sehr gut passt. Also, da oben drin waren wir schon, da brauchen wir erstmal nicht hin. Ach, guck mal, hier ist sogar tatsächlich einer. Ach, hier sind sogar zwei gewesen. Das war doch schön. So, komm ich jetzt da rüber. Nein! Okay. Kommen wir nicht da rüber. Rang 4, Leder. Okay. Hängt da niemand im Baum? Komisch. 21 haben wir gerade mal gerade mal. Ich würde schon gerne mit 25 reingehen, weil es ist schon ein bisschen gemein hier im New Game Plus. Weichy war auch sehr gemein. So. Gut, Wurfmesser. War nicht so geil, aber okay. Da drüben haben wir noch was liegen. Das würde ich natürlich auch gerne mitnehmen. Also, das war's schon. Okay. Äh, kommen wir jetzt direkt hier hoch, oder muss ich? Okay, Pfeil 3. Oh, wen haben wir denn da? Konnte man hier nicht irgendwo unten lang? Nee, doch nicht. Das Problem ist jetzt halt auch, wir haben nicht alle Standarten. Und wenn wir nicht alle Standarten haben, fallen wir dann direkt auf 18 zurück, oder so. Das ist halt echt bitter, wenn wir jetzt hier verlieren. Wir haben halt eine Standarte vergessen. Ich weiß aber auch nicht, wo die sein könnte. Au. Sag mir, Typ, wo ist die Standarte? Ich glaube, wir müssen halt echt noch weiter zurück. Hier so dunkel. Warum ist nicht hier so dunkel? Oh. Leute. Au, 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 au. Kleidung eines Assassinen. Boah, wie ist das hier so dunkel, ey? Ach so. Oh, mir fällt gerade wieder was ein. Ich habe ja den doofen Fernsehen da unten gestellt, von der Helligkeit her. Deswegen ist es für mich so dunkel. Für euch müsste es eigentlich relativ okay sein. Sollte ich vielleicht mal zurückstellen. Unterklettern? Streitet ihr schon wieder? Höh. Na, passiert. Also, ich weiß ja, wo eine Standarte ist, aber ich weiß halt nicht, wie ich hinkomme. Das stört mich. Ähm. Habe ich Entschuldigung gesagt? Entschuldigung. Entschuldigung. Achtung, er kommt, Leute. Er kommt. Und zwar ist bei der anderen einfach eine drin. Hacke. Was? Haken klingen. Hacke klingen. Au, au. Boah. Wer ist denn er, bitte? Ich habe gesagt, er gehört einfach mit zu unserer Gruppe. Zwillingsschwerter, okay. Ähm. Ja, also ich weiß grundsätzlich, wo noch eine Standarte ist. Mir ist gerade eingefallen, aber ich weiß nicht, wie wir hinkommen. Ja, wie kommen wir jetzt da hin, ne? Das ist hier die Frage. Wir müssen eigentlich wieder zurück nach unten. Runterklettern, nö. Neben den schnellen Weg. Wenn wir wieder nach unten müssen. So, da. Zurzeit ist es gleich extrem dunkel, glaube ich. Also, was ich grundsätzlich erstmal nicht glaube, und was ja auch die ganze Zeit jetzt hier nichts... Ich war ja hier unten schon drin, habe schon gesucht, das weiß ich. Aber, ich kann mir echt halt nicht vorstellen... ...dass wir hier raus müssen, um dann oben wieder rein zu gehen. Und ich kann mir genauso wenig vorstellen, dass wir hier lang gehen müssen, um da hin zu kommen. Weil sonst hätten wir ja schon den Endgegnerraum gesehen. Oder den Zwischengegnerraum. Oh ja. Zum Glück sind wir nochmal zurückgekommen. Wo konnte ich das denn übersehen? Nee. Hier. Ich suche gerade einen Weg. Sag mir mal, wie ich da hinkomme. Au. Hey, ich bin wieder runter. Mein Ziel ist doch hochzukommen, nicht runter. Das ist jetzt doof. So, ähm... Da drüben geht es halt auch nicht weiter. Das war jetzt mal eine Nullnummer hier. Na gut, hier war keine Nullnummer, wir haben das geöffnet. Bringt aber auch nichts. Hm. Lass mich mal raus hier. Okay, hier haben wir schon mal nichts an der Decke. So. Dann ist hier der verheißungsvolle Raum. Boah, krass. Voll verheißungsvoll. Also ich bin da scheinbar schon mal irgendwie hingekommen. Und es sieht auch aus, als ob da... Wie bin ich da hingekommen? Verdammt. Kann ich hier irgendwas aufmachen? Hier ist Feuer. Muss doch hier irgendwas aufmachen können, man. Feuer. Hier ist kein Feuer. Äh, nö. Pass natürlich hier meine Schüssel nicht. Hätte das gedacht. Ähm... Hier ist ein Loch. Nope. Hier soll man lang, oder? Toll, auch noch die Lichtquellen ausgetreten. Also, man muss hier unten irgendwo da hinkommen. Das ist... Das muss so sein. Wenn wir vielleicht vorher mal irgendwas angucken sollen, bevor ich hier wieder reinstolper. Hä? Na gut, krabbeln können wir nicht. Da passen wir auch nicht in so kleine Löcher rein. Okay. Jetzt habe ich natürlich wieder 21. 20. Irgendwas stimmt auch hier nicht. Was soll das? Jetzt sind wir wieder draußen. Ähm. Das ist ja wahrlich wunderbar, mein Herr. Au. Ach, guck mal. Die sind aber auch geschädigt von dem Dings. Uh, 22. Gut. Okay. Also, wir werden jetzt mal Folgendes machen. Uns fehlt jetzt der einzige, äh, eine Standarte da. Äh. Ist jetzt im Grunde genommen nicht ganz so schlimm. Wir versuchen das einfach mal. Jetzt, ohne dass wir diese Standarte haben. Wir werden natürlich dann zurückfallen. Ähm. Dann werden wir auf die Suche gehen müssen. Ach, die kommen echt immer beide. Oh Gott, jetzt sind wir sogar 20 runter. Oh Gott, jetzt sind wir auch noch. Oh Gott, jetzt sind wir auch noch. Mein Ausflug an die Oberfläche lief jetzt nicht ganz so gut, wie ich gedacht habe. So. Gegenstände aus dem Lager aufgefüllt. So. Wir gehen jetzt mal hier lang. Hier können wir nur nach oben. Können wir von oben vielleicht irgendwo hinklettern? So. Oh, auf 19. Macht ihr das mal. So. Hier gibt's schon mal nix. Ne. Okay. Okay. So, hier können wir hoch. Oder zumindest hier hin. Die gehören zu mir. So fühlt sich das an, Mann. Wenn ihr mich hier einfach überfallt. Hier waren wir schon. Was? Ach, wird da so eine? Ah, ne, ist ein anderer. Ich habe das Gefühl, bei denen läuft diese Willensanzeige viel langsamer voll, in diese falsche Richtung. So. Gut. Also wenigstens auf 25 müssen wir jetzt kommen. Dass wir ihm wenigstens ein bisschen überlegen sind. Au, au. So kommt das natürlich nicht zustande. So, so schon eher. Na, das ist jetzt doof. Wie komme ich denn da hin? Also ich will den schon, ich will den haben, auch wenn er jetzt schon, äh, wenn wir ihn jetzt schon gefunden haben, natürlich. So. Super. Das ist ja alles unterirdisch gewesen. Oh. Nein, wo ist hier jemand? Wegen euch musste ich meine krasse Dingsbums machen. Das hier sieht so offensichtlich aus. Habt ihr das jetzt ja alle weggeschnetzt oder was? Der lebt ja immer noch. Keine Lust auf den oder was? So, wie kommen wir jetzt zu dem kleinen, ich will mal gucken, ob wir dem jetzt noch was geben können. Oh, oh. Ja, ich glaub's ja wohl nicht. Ja, das ist der richtige Weg. Tja. Wir haben's tatsächlich noch gefunden. Ich glaub's ja wohl nicht. Die Standarte. Blup. Yay. Jetzt mal alles zerstören hier. Cool. So, hätten wir das hier nicht geschafft. So, jetzt möchte ich natürlich noch zu dem kleinen Freund. Geht natürlich nicht hier nicht hoch. Bye. Hey, da bin ich aber auch hoch. Wie komm ich da hin? Da ist eine Kiste. Leute, da ist eine Kiste. Wir brauchen diese Kiste unbedingt. Ach, ich doch. Kannst du mal aufhören? Oh Mann, ey. Haben sie einen Stuhl, das Anstoß. Oh, der hat was Cooles. Hm, naja. Äh, ja. Da vorne haben wir noch jemanden, den könnten wir eigentlich umbringen. Wer? Ich glaub, ich hab grad den, den kleinen gehört. Da oben hockt er. Wie kommen wir denn da hin? Außen? Von hier? Da ist er. Komm, ich hab da hin. Mal gucken, ob er noch was zu essen von mir will. Hi. Oh, der will echt noch was zu essen von mir, glaub ich. Oh, du kriegst jetzt voll viel. Ähm. Rang 7 Leder. Fallen lassen. 100. Oh. Boah, jetzt gibt's was krasses. Silberin, 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 Tarsien, die Biostein. Was ist das? Irgendwas krasses. Das muss man mal sperren. Ich sperre ich nicht nochmal. Da. So. So. Oh, Panzerhandschuhe des gnadenlosen Helden. Hört sich interessant an. Ja, das kommt alles weg. So. Jetzt würde ich gerne noch auf 25 kommen. So, das war's. Oh, wir haben jetzt ein Blutsbruder. Mehr. Oh. Au, au, au. 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 Na, super. Das wird ja der Knaller. Er hat mich getroffen. Super cool. So, jetzt haben wir da noch ein Tigerchen. Da liegt noch was. War hier nicht sonst auch noch ein anderer irgendwie? Was ist denn des Generals? Was ist denn des Generals? Wir haben geräst. So, jetzt gehen wir wahrscheinlich hier hoch. So, du hast da nichts mehr liegen, okay. Ja, so viel ist ja gar nicht los, oder? Ach, hier. Okay, drei Gegner bräuchte ich noch. Dann wird das schon reichen. Dann hätten wir 25 voll. Iverungen! Yay, jetzt nehmen wir das erstmal schnell. Das ist der falsche Knopf gewesen, bitte. Neu, hier. Favo, 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 Favo. Das fliegende General, als wird der Lubu seine Rüstung bekommen? Oh nein! Uh oh. Da darf ich auf jeden Fall nicht runterprügeln. Okay. Okay. Und dann. Schön. Gut, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in den Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.